Das sind die sieben Merkmale eines Einzelgängers. Wie viele besitzt du? 1. Präferenz für Einsamkeit. Ein typisches Merkmal eines Einzelgängers ist die ausgeprägte Vorliebe für Einsamkeit. Sie ziehen es vor, Zeit allein zu verbringen, um ihre Gedanken zu sortieren, Ideen zu entwickeln und sich auf ihre eigenen Aktivitäten zu konzentrieren. Es ist nicht so, dass sie soziale Interaktionen grundsätzlich ablehnen, sondern dass sie die Zeit in ihrer eigenen Gesellschaft schätzen und oft ihre besten Momente in der Stille erleben. 2. Tiefe Selbstreflexion. Ein Einzelgänger ist oft ein introspektiver Charakter. Sie verbringen viel Zeit damit, über sich selbst, ihre Ziele, Träume und Wünsche nachzudenken. Diese tiefgehende Selbstreflexion hilft ihnen, ihre Ziele klarer zu definieren und ihre eigenen Werte zu festigen. Ihre Gedanken sind oft komplex und tiefgründig, was dazu führt, dass sie eine reiche innere Welt haben. 3. Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Einzelgänger sind unglaublich unabhängig und selbstständig. Sie haben oft die Fähigkeit, Dinge alleine zu erledigen und neigen dazu, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne stark von anderen abhängig zu sein. Sie schätzen ihre Freiheit und Unabhängigkeit, sei es in ihren Gedanken, Handlungen oder Lebensstil. 4. Bevorzugung von tiefsinnigen Beziehungen. Auch wenn sie sich oft zurückziehen, schätzen Einzelgänger tiefsinnige Beziehungen. Sie bevorzugen wenige, aber bedeutungsvolle Bindungen, die auf Vertrauen und Authentizität basieren. Diese Beziehungen können für sie von großer Bedeutung sein und bieten eine seltene Vertrautheit und Tiefe. 5. Kreativität und Individualität. Einzelgänger neigen dazu, kreativ und einfallsreich zu sein. Ihre Individualität und ihr einzigartiger Blick auf die Welt sind oft der Quellpunkt für ihre Kreativität. Sie bevorzugen es, ihre eigenen Ideen zu verfolgen und haben oft einen innovativen Geist. 6. Vermeidung von oberflächlichen Interaktionen. Sie fühlen sich oft unbehaglich in oberflächlichen oder gesellschaftlichen Interaktionen. Small Talk oder oberflächliche Beziehungen erscheinen ihnen als Zeitverschwendung. Sie neigen dazu, tiefgründige, bedeutsame Gespräche zu bevorzugen, anstatt sich in oberflächliche Unterhaltungen zu verwickeln. 7. Selbstbestimmtheit in ihrer Umgebung. Einzelgänger neigen dazu, ihre Umgebung nach ihren eigenen Bedürfnissen und Vorlieben zu gestalten. Ihr Raum reflektiert oft ihre Individualität und Persönlichkeit. Sie schätzen es, in einer Umgebung zu leben, die ihre geistige Ruhe und Freiheit fördert. Sie schätzen es, in einer Umgebung zu leben, die ihre Umgebung zu leben, die ihre Umgebung zu leben.